Gut, direkt in die Unusuals rein. Das ist so peinlich. Das ist so peinlich. Das wäre so das Ding, sie wirft daneben, aber er geht auf die Bahn und haut noch alle neun um. Aber es ist einfach die Vase, die kaputt geht, auch gut. Aber wer tut da ne Vase hin? Das passiert oft beim Kegeln. Aber wer tut da so ne leicht zerbrechliche Vase hin aus Porzellan? Oh Mensch, das war auch nur ein Tuch. Das ist doch ganz dumm. So ist es zwar so, also ich verstehe es, für mich ist es 30% witzig und 70% totale Scheiße. Ist doch... Das sind locker 50 Liter Wasser, die er in sein Auto lässt. Das schmilzt, die Sitze im Arsch, immer Tourenbretter, die ganze Elektronik, die... Alles kaputt. Totalschaden-Auto. Das ist nicht worth. Leihwagen? Okay, dann geht's. Verkackt's doch eh so heftig, man. Die verkackt's doch so doll. Oh mein Gott! Aber sie hat wenigstens nen hohen Bogen verkackt. Ich dachte, sie fällt einfach nur runter. Ich brauche eine Bier. Was ist Conor? Ja. Alter, wie kann man denn auf nem Ei ausrutschen und drauf fallen? Oh mein Gott! Der war... Der war... Der war insane! Der war... Also das ist das... Also ich wäre so stolz auf mein Hund, wenn der das hinkriegt. Der hat jetzt Ei auf dem Fell. Der hat... Der hat Eigelb auf dem Fell. Oh Mann, Alter. Der... Also wie kann... Wahnsinn! Wahnsinn! Hunde gucken auch so doof, wenn sie hinfallen. Hallo. Hallo! Er schlägt danach in sein Ohr rein. War das nicht Megafood? Oh Gott. Gut, ist gut. Gut, gut. Gut, gut. Hey there, brother. Do you have time to talk about Jesus Christ today? Oh, your death? Oh, ok. Well you have yourself a blessed day. Ok, you too. You mu- Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte immer, es ist so schlimm, wenn du so unter dem Eis gefangen bist. In echt, als Mensch. Aber wenn du in Minecraft in Lava gefangen bist, unter Obsidian, Digga, das ist ein bisschen schlimmer. Oh, das ist so eine Scheiße. Das ist auch einfach ein Bug. Das, also das, ich hasse so Gefäße. Oh, das ist ja, wie viel da auch runterläuft. Da geht doch nicht mal die Hälfte rein. Da geht ja, ist gar nichts bisher gefühlt reingegangen. Oh, 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 no. Oh, 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 oh. Ja, scheiße, also es ist wirklich gar nichts reingegangen. Das ist geil. Das sind wirklich, das sind, das sind einfach richtig gute Videos. Die Person, die sowas aufnimmt, die hat auch einfach Humor, weil es so random ist. Da ist irgendwie ein Gecko oder sowas, der isst einen Joghurt und daneben ist eine Katze, die ultra stoned guckt. Und das, das alleine die Kamera dafür raus und das zu filmen ist ein, der hat Humor. Vielleicht war es auch einfach nur, weil die Katze so high war. Das, das, äh, das finde ich, checke ich auch nicht so ganz. Es gibt so krasse Eidechsen und so. Aber das ist ja, das ist ja, eigentlich ist das eine Schlange. Kannst die Füße dann auch weg machen, das ist ein Witz. Also dieser Arm vergleicht zum Körper. Das ist nichts! Und wie lang der ist, da hättest du auch komplett so auf Kriechen gehen können, Schlangenmodus. Das ist, das ist ein Witz. Das ist ein Witz zu dem Körper. King Mary has this whole room tonight, because there's no other Kitties in here. Jetzt wird die Satsamuche. Das ist nicht gut. Ich hätte jetzt auch Bock, einfach so abzuchecken, was, was so Hunde in diesem Moment denken. Der ist so windig, der muss sich mit seinem ganzen Körpergewicht gegenlehnen. Aber der geht da auch nicht weg. Das ist geil. Das ist, man sieht oft so Menschen irgendwie, wenn es so richtig windig ist, die so halb wegfliegen und sowas. Aber einfach mal in der Situation einen setzenden Hund filmen. Ist gut. Der Hund ist so happy. Der fand das sogar irgendwie geil, oder? Was? Der Hund ist so, das ist so. Der Hund ist so, die Satsamuche. Der Hund ist so, die Satsamuche. Awesome, thank you so much. Kerze ausgemacht, hast umgestoßen. Aber das war schon mal. I will try in your language. Eigentlich überfordern mich die Unusual Memes einfach. Ich check das, wieso wird da ein Hahn in eine Friese geschnitten? Schneidet man Federn? Ich wusste nicht, dass man Federn schneiden kann. Wieso hält der so ruhig? Wieso hat der so einen coolen Mantel? Der ist voll nice. Danach Kopf ab? Nee, das ist bestimmt... Nee, komm. Ich sag, der macht die Seiten auf Null für einen Schönheitswettbewerb. So richtig hübschen Hahn oder sowas. Das ist bestimmt so ein Wettkampf. Nicht, um ihn danach zu töten. Nee, komm. Da würdest du ihn rupfen und nicht da eine schöne Friese drausschneiden. Das ist für das KFC-Titelbild. Ja, genau. Dafür ist es. So sehen unsere glücklichen Hähne und Hühner aus. Und dann ist es so, wird er so richtig hochgestylt. So mit Haargel und noch alles mögliche. Föhnfrisur. Oh, man. Move it. Ja, du kannst es sehen. Ja, du kannst es sehen. Ja, du kannst es sehen. mit einem 15 Meter langen Teil da. So ein Ding hatten wir auf der Rollertour, so ein Hängebauchschwein hatten wir auf der Rollertour gesehen. So da sie im Streichelzoo-Restaurant-mäßig da angehalten sind. Das hat richtig gestunken und das war super fett. Aber super witzig. Guck mal, wie das aussieht. Gag bei dem Ball war es einfach nur, weil das Ding so laut aufgeschlagen ist. War kein Hängebauchschwein, okay dann war es einfach nur fett. Alter, wieso ist der erst so am genießen? Das ist so geil, das klappt immer. Das klappt wirklich immer. Das klappt wirklich. so, oder? Das ist... Das ist nicht gut. Das automatisch sofort war es irgendwie von einem Rind, von einer Kuh, ne? Oder? So eine große Zunge? Geile Folge. Geil. Die war wieder... Also, super. Ganz groß.